Ein Mann geht zum Arzt, weil er Schmerzen im Glied hat. Der Arzt behandelt den geplagten Patienten, indem er ihm zwei Holzstöcke unter dem Glied als Stütze anbringt. Dem Patienten geht's gleich viel besser. Einige Zeit später aus einem Gespräch zwischen zwei Eierstöcken. Also, ich hab ja schon viele gesehen. Große, kleine, dicke, dünne, harte und schlaffe. Aber, dass sie die jetzt schon mit einer Bahre reintragen, geht zu weit. Vielen Dank.